So Leute, der Bitcoin-Preis fliegt einfach immer weiter nach oben und in diesem Moment sieht es echt fast so aus, als gäbe es einfach nichts, was Bitcoin mehr aufhalten könnte. Im heutigen Video will ich mich also einmal mit euch darum unterhalten, was ich als nächstes für Bitcoin erwarte. Dann sprechen wir über eine der größten Chancen, die es momentan gibt und warum ihr jetzt in diesem Moment eure Strategie komplett ändern solltet, damit ihr eben die Möglichkeit habt, lebensveränderte Mengen an Geld zu verdienen. Im heutigen Video sprechen wir über ganz, ganz viele wichtige Sachen, die euch auf die nächste Phase des Bullruns vorbereiten werden. Deshalb kann ich euch nur raten, bleibt auf jeden Fall vom Anfang bis zum Ende dran. Und damit willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns auch direkt mal loslegen. Wir gehen einfach mal ein kleines bisschen zurück und wir schauen uns an, was in letzter Zeit auf dem 4-Stunden-Chart passiert ist. Wie ihr wisst, als wir seitwärts gelaufen sind, zwischen 49.500 und 50.000 Dollar, da habe ich euch gesagt, dass ich persönlich glaube, dass wir früher oder später wieder massive Pumps haben werden, aber dass es zunächst mal etwas Seitwärtsbewegung und möglicherweise sogar einen Job geben wird. Danach hatten wir dann auch unseren Job bis auf 48.000 Dollar und eine gewisse, ja wir hatten dann einen Pump, eine gewisse Seitwärtsbewegung, aber gestern hatten wir einfach wieder diesen massiven Pump Richtung 51.600 Dollar und danach, nachdem wir ein kleines bisschen auf Widerstand gestoßen sind, haben wir das zur Unterstützung bestätigt und dann sind wir weiter nach oben gegangen. Jetzt gibt es hier direkt ein paar Sachen, die man mal beachten sollte. Das erste ist, diese Bewegung in Richtung 52.500 Dollar ist definitiv ein kleines bisschen schneller passiert, als ich eigentlich erwartet habe. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es doch ein bisschen länger dauern würde, bis wir diese Bewegung sehen, aber das Bullish im Momentum am Markt ist einfach so groß. Und wie ihr wisst, ich habe auch immer wieder gesagt, dass Bitcoin massivs Bullish ist und es lediglich eine Frage der Zeit ist, bis wir alle diese Level nach oben durchbrechen können. Ich habe halt einfach nur gedacht, dass wir vielleicht noch ein oder zwei Tage länger seitwärts gehen werden. Trotzdem, das war natürlich kein Grund, um aus Bitcoin auszusteigen oder verkaufen oder sowas. Ich habe halt, wie gesagt, einfach nur gedacht, vielleicht gehen wir ein bisschen seitwärts und dann nach oben. Die Geschichte dahinter allerdings für Bitcoin in letzter Zeit ist immer noch genau die gleiche. Wir gehen nach oben, konsolidieren, bestätigen die orangenen Linie als Unterstützung. Wir gehen nach oben, machen das zur Unterstützung. Dann haben wir eine weitere impulsive Bewegung nach oben. Wir bestätigen das als Unterstützung, haben eine weitere impulsive Bewegung, machen wieder eine Unterstützung. Dann wieder nach oben, wieder Unterstützung. Und ja, jetzt hier wieder das Gleiche. Wir haben wieder eine impulsive Bewegung nach oben und wir bestätigen diese orangenen Linie als Unterstützung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, werden wir eine weitere impulsive Bewegung bis auf 55.200 sehen? Man kann also ganz klar sehen, Bitcoin sieht einfach extrem Bullish aus. Und wir sprechen auch darüber, warum wir diese fette grüne Kerze für Bitcoin gesehen haben. Aber zunächst mal, lasst uns nochmal einen Blick auf den Lux-Algorithmus werfen. Das Kaufsignal, auf das ich euch ja vorbereitet habe. Ich habe euch damals gesagt, als wir hier gewesen sind. Schaut mal, wir werden ziemlich bald ein Bullish-Signal vom Lux-Algorithmus bekommen und das ist auch immer noch intakt. Selbst mit dem Job, den wir gehabt haben, sind wir nicht aus diesem Bullish-Signal ausgestiegen. Von diesem Punkt an sind wir mittlerweile 16, 17 Prozent nach oben gestiegen. Und bis zum Top bei 52.500 sind es sogar 18,5 Prozent. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine Megasache. Das Lux-Algorithmus-Signal, das leistet weiterhin eine mega, mega gute Arbeit. Und wenn wir uns jetzt auch mal die traditionellen Märkte anschauen, kann man sehen, auch hier haben wir einen ziemlich schönen Pump gehabt. Und zwar von der orangenen Linie bei 49,56 hatten wir einen ziemlich schönen Bounce. Und das zeigt uns einfach wieder einmal mehr. Selbst mit den Inflationsdaten, die wir gehabt haben, die eher etwas bärischer ausgefallen sind als erwartet, haben wir einfach so viel Bullish-Signal am Markt, dass wir einen so schönen Pump von der Unterstützung gesehen haben. Und entsprechend ist natürlich auch Bitcoin wieder nach oben gegangen. Interessant an der ganzen Sache ist jetzt allerdings, dass Bitcoin keinen wirklichen Drop gesehen hat, wie wir bei den traditionellen Märkten gesehen haben, also als die Inflationsdaten bekannt gegeben wurden. Bitcoin sieht also extrem Bullish aus und das ist meiner Meinung nach diese aufregende Phase am Markt. Aber es ist natürlich auch die Phase des Marktes, wo es eine ganze Menge Stress verursacht. Weil ich kann verstehen, dass viele Leute FOMO haben. Viele Leute sehen, überall haben die Leute Gains, überall machen die Leute Kohle. Aber Leute, ihr werdet immer noch richtig viele Möglichkeiten haben, um Geld zu verdienen. Und da werden wir gleich drüber sprechen. Doch bevor wir darüber sprechen, will ich nochmal sagen, dass die Tatsache, dass wir über 52.500 Dollar traden, wir haben in der Geschichte von Bitcoin bis jetzt zumindest gerade mal 125 Tage über 52.000 Dollar getradet. Das bedeutet auf jeden Fall, dass wir über diesem Level über 52.000 gerade mal vier Monate gewesen sind. In der gesamten Geschichte von Bitcoin. Das zeigt uns einfach wieder mehr, was soll man dazu sagen? Wir befinden uns momentan dabei wirklich absolut alles zu zerstören. Wir erreichen Level, die ganz, ganz ungewöhnlich für Bitcoin sind. Und je höher wir gehen, umso höher wird natürlich auch die FOMO sein. Was meiner Meinung nach absolut fantastisch ist. Und wo wir schon bei FOMO sind. Ich habe ja darüber gesprochen, dass institutionelle Investoren FOMO haben und in Bitcoin reingehen. Jetzt schaut mal. Gestern haben wir einen ganz, ganz starken Tag gesehen mit Influss in den ETF von 631 Millionen Dollar. An netto, positiven Nettozufluss. Das bedeutet, wenn man schon die ganzen Grayscale-Bitcoin abzieht, die verkauft worden sind, was gestern allerdings gar nicht mal so viel gewesen sind, nur 72 Millionen. Trotzdem, mit diesen 72 Millionen abgezogen haben wir immer noch, oder Moment, lass mich nochmal kurz gucken. Ja doch, 631 Millionen an nettozuflüssen. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Institutionelle FOMO ist wirklich real, Leute. Und je höher wir für Bitcoin gehen, desto mehr wird das auch eintreten. Umso mehr werden die Leute FOMO haben. Jetzt gibt es allerdings noch eine andere Seite, die wir beachten müssen. Und zwar hat Grayscale jetzt die Genehmigung erhalten, GBTC im Wert von 1,3 Milliarden Dollar zu verkaufen. Wir werden also höchstwahrscheinlich einige weitere GBTC-Verkäufe sehen, wenn die damit anfangen, diese zu verkaufen. Aber das wird wieder nur eine vorübergehende Sache sein. Und die Influss sind immer noch viel, viel höher. Ich meine, wir hatten Influss von 631 Millionen. Und selbst wenn die heute die Hälfte verkaufen würden und die Hälfte am Morgen, dann wären die Influss allgemein, die würden das wieder wettmachen. Dann wären wir einfach plus minus 0. Das ist so krass, wenn man sich das mal überlegt. Wenn die also Bitcoin zumindest für rübergehend ein bisschen nach unten gehen lassen werden, dann ist das meiner Meinung nach einfach nur eine mega Gelegenheit, um nachzukaufen. Jetzt lasst uns mal hierüber sprechen, weil auch Altcoins laufen richtig gut. Viele Altcoins sind 20% gestiegen, manche 15%, Beam ist 8% nach oben gestiegen, obwohl Beam schon richtig gut gelaufen ist. Wie ihr wisst, ist ja eher einer meiner größeren Holdings, was Altcoins angeht. Jetzt will ich allerdings noch über eine andere Sache sprechen, weil jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um mehr Risiko einzugehen. Das Wichtige an der ganzen Sache ist einfach nur, dass ihr verstehen müsst, wenn ich euch sage, ihr solltet mehr Risiko eingehen, dann ist das keine hundertprozentige Sache. Aber was ich euch sage ist, jetzt ist der Zeitpunkt, wo Altcoins, wenn ihr eure Position richtig gut akkumuliert, dann habt ihr zumindest mal das Potenzial, 10x zu machen, 20, 50 oder sogar 100x bei euren Altcoins. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn Bitcoin weiter nach oben geht, wenn der Markt weiter nach oben geht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jetzt solche Gewinner erzielen könntet? Ich würde sagen, ziemlich hoch. Es gibt eine ziemlich hohe Chance, dass ihr wahnsinnige Gewinner zählt, wenn ihr jetzt in Altcoins einsteigen würdet. Die Frage ist, wie hoch ist das Risiko, wenn man das Ganze macht? Ich meine, natürlich, klar, wenn Bitcoin jetzt einen massiven Einbruch sieht, wenn die traditionellen Märkte nach unten dampen, wenn irgendwas passiert, wenn es Krieg gibt, wenn es dies gibt, wenn es das gibt. Natürlich, klar, dann könnten wir sehen, dass der Kryptomarkt wahnsinnig tief fällt. Aber ganz ehrlich, mit all den Informationen, die wir momentan haben, sehe ich, um ehrlich zu sein, nicht, dass wir jetzt einen riesen Drop haben sollten. Ich sehe nicht, dass Bitcoin einen massiven Drop haben soll. Ich bin der Meinung, dass wir am Anfang des Bodenmarktes stehen. Könnte ich falsch liegen? Könnte irgendwas passieren? Ja, aber ich denke, dass diese Chance und vor allem das Risiko ziemlich gering ist. Wenn man also diese kleine Chance nimmt, dass Krypto vielleicht zusammenschmelzen könnte und dann nimmt man die große Chance, dass Krypto weiter nach oben geht und vor allem, dass Altcoins komplett durchdrehen werden. Weil, schaut mal, ich schaue mir diese Märkte wirklich nonstop, jeden einzelnen Tag an, fast jede Stunde, fast jede Sekunde. Ich würde sagen, die letzten sieben, acht Jahre und Krypto ist, ja, Krypto ist mehr oder weniger mein Name. Mein Leben ist mein Beruf und ich erkenne einige dieser Pattern in den Zyklen und auf dem Markt wieder, ganz klar. Genau deswegen sage ich euch, Altcoins werden natürlich, also einige werden auf Null gehen, aber einige werden massivste Gewinne haben. Aus diesem Grund werde ich jetzt auf diesem Kanal auch etwas mehr über Altcoins sprechen und ja, einige von denen, wie ich bereits gesagt habe, werden auf Null gehen. Einige werden vielleicht 50% nach unten gehen. Ihr werdet bei einigen kein Geld verdienen, aber bei anderen werdet ihr richtig, richtig viel Geld verdienen. Vom Chancen-Risiko-Verhältnis macht es also meiner Meinung nach einfach Sinn, in Altcoins einzusteigen, auch wenn es momentan danach aussieht, als wären Altcoins bereits jetzt schon ziemlich stark nach oben gegangen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Raum zum Wachsen die noch haben und wenn das euer erster Zyklus ist, dann, wenn das passiert, werdet ihr verstehen, was ich meine. Ihr könnt allerdings jetzt keine weiteren zwei Monate oder fünf Monate warten, um in Altcoins einzusteigen, weil dann sind wirklich die meisten Gewinne bereits wieder weg. Und ihr müsst jetzt eure Strategie aufstellen. Das ist allerdings natürlich einfach nur meine ehrliche Meinung. Wenn ihr beabsichtigt, Geld zu verdienen, klar, ich kann auch verstehen, jeder hat ein anderes Risikoprofil. Wenn ihr schon richtig viel Kohle habt, dann natürlich weniger Risiko. Aber wenn ihr generell nicht so viel Geld habt und ihr wollt wirklich lebensverändernde Geldbeträge machen, dann ist das die Strategie, die ich damals 2016 und 2017 benutzt habe. Und das habe ich seitdem immer wieder gemacht. Also ja, das ist einfach nur meine ganz, ganz ehrliche Meinung. Und ich hoffe, dass wir es alle hier in diesem Bulwarn zusammen schaffen werden. Ich werde auf jeden Fall machen, was ich kann, um euch dabei zu helfen, in diesem Zyklus richtig schön Geld zu verdienen. Apropos Altcoins, Forgotten Playland ist einer der Coins für dich oder auf den ich absolut bullisch bin. Ich bin Investor in diesem Projekt, muss ich ganz klar sagen. Ich bekomme wahrscheinlich jeden Tag 50 Projekte vorgeschlagen, die wollen, dass ich in die investiere. Und ich kann euch sagen, ich bin sehr wählerisch bei den Coins, in die ich investiere und noch wählerischer bei den Coins, über die ich spreche. Forgotten Playland wird auf jeden Fall sein IDO auf Ape Terminal haben. Falls ihr Bock habt, euch das mal anzuschauen, dann guckt euch das mal an auf Ape Terminal, falls ihr bei dem IDO mitmachen möchtet. Aber der Startpreis wird, oder ich werde da später nochmal ein bisschen weiter drüber sprechen, weil ich glaube, am 20. kommt die IDO. Ich werde da in der Zukunft noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Aber falls ihr da mitmachen möchtet, dann könnt ihr auf jeden Fall das Ganze auf Ape Terminal machen. Forgotten Playland, schaut euch das auf Twitter an. Und wo wir schon mal bei den Rest der Altcoins sind, die ich hier auf meiner Watchlist habe, viele davon sind mittlerweile richtig, richtig schön gestiegen. Selbst Beam ist heute 7,3% nach oben gegangen. Auch Ethereum ist richtig schön gestiegen. 5%, das ist schön zu sehen. DJI, gestern 8% nach oben gegangen. Curti und MBS sind auch 5% nach oben gegangen. Jetzt lasst uns mal den Chart anschauen. Und wir fangen mal mit Beam an. Hier kann man sehen, wir befinden uns mittlerweile, oder ich habe ein paar weitere Widerstandslevel hinzugefügt. Aber wenn wir dieses Level hier durchbrechen können bei Beam, was meiner Meinung nach eher früher als später passieren wird. Also wenn Bitcoin auf diesem Level bleiben kann, dann glaube ich, dass Beam auf jeden Fall ein Breakout von diesem Punkt bis zum nächsten Level haben wird, das bei 3,6 Cent liegt. Das wäre also ein Pump von 22%. Warum glaube ich das? Naja, nochmal, wenn wir zu Forgotten Playlands gehen, das ist das erste Spiel, was nativ auf Beam gestartet wird oder vom Beam-Team. Wenn das ein richtig großer Erfolg sein sollte, was meiner Meinung nach passieren wird, dann wird das den Beam-Preis auf jeden Fall in die Höhe treiben. In den nächsten paar Tagen, also das ID.OB wird am 22, oder der Coin, der kommt am 22. oder 21. raus, wartet noch ein paar Tage ab. Und ich bin mir sicher, dass wir dann bis auf 3,6 Cent steigen werden. Also Megasache. Außerdem, wenn wir uns jetzt mal S-Fund anschauen und wir zeichnen einfach mal ein ganz, ganz einfaches Fibonacci auf dem Daily-Chart, kann man sehen, dass wir in diesem Moment ein kleines bisschen Probleme mit der Golden Pocket haben. Also am 0,618er Fibonacci-Level. Wir versuchen hier dieses Level zu durchbrechen. Und wenn wir das schaffen sollten, Leute, dann gilt auf jeden Fall das Gleiche. Wir brechen durch, dann haben wir meiner Meinung nach auf jeden Fall einen schnellen Pump bis zum nächsten Widerstand. Da will das ein 6,6 Prozent. Trotzdem, wie ich bereits gesagt habe, das ist das, was ich momentan im Blick habe, zumindest für S-Fund. Und nochmal, es wird in der Zukunft noch viel mehr Altcoin-Content geben. Ich versuche auf jeden Fall das, was ich kann, um euch zu helfen, Geld in diesem Markt zu verdienen. Aber bei Koti, das ist jetzt auch auf dem Daily-Chart, Koti hatte einen richtig schönen Pump, ist auf Widerstand getroffen, hatte einen Pullback. Und jetzt sind wir dabei, einen kleinen Trend Richtung oben zu machen. Und auch hier glaube ich, dass wenn wir es schaffen, durch diesen Widerstand-Level zu durchbrechen, dass wir dann einen weiteren schönen schnellen Pump bis auf 11 oder 12 Cent sehen werden. Was meiner Meinung nach, wie gesagt, relativ schnell passieren wird, sollten wir durchbrechen. Natürlich, klar, immer vorausgesetzt, dass wir da durchbrechen sollten. Und zwar nochmal, ja, bis zu diesem Punkt war es 11, lass mich noch kurz, ähm, Moment. So, für Koti wären das also ungefähr 11, 12 Cent, 17 Prozent. Das sind die Charts, die ich momentan im Auge behalte für Bin, S-Fund und Koti. Und natürlich werde ich euch weiterhin weitere Charts zeigen. Jeder, der allerdings meine Training-Strategien benutzt hat, ihr habt auch wahnsinnige Gewinne gemacht. Und das geht einfach weiter, während Bitcoin weiter nach oben steigen wird. Und wenn Bitcoin weiterhin Volatilität hat, einige Drops, natürlich, und dann gehen wir wieder nach oben. Ein Drop, dann gehen wir wieder nach oben. Das ist mega, mega gut für unsere Bots, diese Volatilität. Und bis jetzt habt ihr und ich richtig schöne Gewinne damit gemacht. Und falls ihr diese Training-Strategien selber benutzen möchtet, könnt ihr das auf BitGet oder auf OKEx machen. Ihr geht einfach nach unten in die Videobeschreibung. Ihr schaut euch das Videotutorial an und wie das Ganze funktioniert. Hier oben in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch bei OKEx anmelden. Da gibt es bis zu 60.000 Dollar ein Einzahlungsboni. Und dann mit dem One-Click-Setup könnt ihr jeden einzelnen der Bots benutzen. Wenn ihr OKEx nicht benutzen könnt, benutzt ihr BitGet. Da könnt ihr euch mit meinem Link bis zu 8.400 Dollar ein Training-Boni bekommen. Und dann klickt ihr auf diesen Link. Da kommt ihr zu dieser Seite. Und dann könnt ihr halt eben, was für immer ein Bot ihr benutzen möchtet, auswählen. Im Großen und Ganzen war es das dann auch schon fürs heutige Video. Wie immer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.